Bisher ist alles super gelaufen. Ich muss mich um viele Dinge selber gar nicht mehr kümmern. Um was zum Beispiel? Um die Buchungsverwaltung, um Zahlungsmodalitäten, um die Kommunikation mit den Gästen größtenteils. Es ist meistens so, dass die Schlüsselübergabe mit den Gästen direkt geklärt werden muss über mich. Aber ansonsten nimmt womit mir jegliche Arbeit ab. Also würdest du schon sagen, die Zusammenarbeit ist eine Arbeitserleichterung für dich selber? Auf jeden Fall. Das ist schön.